. 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 ? ? ? ? Sie hat sich auch abgehauen. Verständlich. Wie bitte? Aber ich glaube es trotzdem nicht. Emma, das kommt nicht in Frage. Das dürfen Sie nicht unter unser Zustand. So, Martens, in diesem Fall darf ich das. Das ist eine richterliche Anordnung, dass ich... Die Fichte bricht ein, denn er hat das Verlies offen, da ist Emma schon weg. Ja, aber ganz bestimmt nicht ohne Hilfe. Und? Ich meine, sehen Sie es jetzt auch so? Das ist eine wilde Theorie. Dass sie uns sagen kann, wo sie wohnt. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht.